ja hallo und herzlich willkommen liebe leute heute gegen video erkläre ich euch wo es jede woche gothic geld gibt und gothic lp liebe folgen ich kenne das im geschirr viele und ja ich vorgeheeres video gank ich mal nicht jede woche raucherung aber jede woche lohnt sich das wirklich mit gothic geld und gothic lp in gta online gegangen von daher auf alle fälle richtig gut durch den gta5 online richtig gut durch den leute jede woche lohnt sich das mega geil mega geil geld verging die woche mega geil finde ich gut nach gothic game gemacht hat weil man kann die woche wirklich gut geld scheffeln und ja ist mich jede woche gar nicht aber die woche ist der hammer ja die angeboten die woche nicht der hammer aber garer hammer und gelacht man in den nächsten video gucken gehalten drüber wo ich euch das neue fahrzeug voll geld habe heute geht es nur um gothic geld wo gothic geld drauf gibt und macht anders geht es heute in diesem video nicht also falls ich denke hier bleibt gar nicht womit ihr die woche gut geld verdienen können los geht es so dann gehen wir hier auch mal auf von borka geben wir auch geld morgen gehen wir hier auf missionen hier ihre auf sollte und dann rufen wir und jetzt hier auch mal die gegner morgen es gibt gegner morgen wo die woche gothic gibt so ja magier kunden einmal hier auf gegen gegner morgen auch hier ja bunter gegner morgen glaube heißt gleich ich will nicht hier geht er aber das heißt da gibt gothic geld auf gothic geld das ist aber nicht alles die beste geldmöglichkeit kommt nachher gleich noch wollte die gleich natürlich zum ende hängen die beste geldmöglichkeit und ja dann gibt hier noch gothic geld die woche drauf wo ist gern nächstes gemobacht denn wir haben hier noch mehr moche wackelt weil kann nach unten wieder alles durch ihn langer geworbelt hier das jetzt mal auch hier in borka geben blockiert das doch einfach mal wo wir doch hier nicht alles durch ihn langer wenn man gut geht immer ewig und ja leider machen hier immer ewig suchen was kacke ist mein gemein und nach und ja egal ob ihr auf dem pc bierk oder pf4 bierkoppel geld gibt es auf dem pc auf pf4 auf ich bocht egal auf welche konsole ihr spielt koppel geld und koppel ip ist bei jeder konsole gleich auf die koppel geldmöglichkeiten gibt es auch alle backformen ausgegeben auch ob plötzlich auf konsole egal was ihr gebrauchen bild koppel Affiliate auch für vier vier auf pc und auf ich bocht gelbe ich ja da geht ihr die morgen wo es die woche koppelt gelb kaufen gibt halte ich einfach in die hirngolke nachgemachtes leute und falls ihr mit mir mal schocken wollt könnt ihr mir natürlich auch FA schicken ist auch kein problem falls ihr mit mir schocken wollt könnt ihr mir natürlich auch eine vollenkraftanfrage schicken ist auch kein problem ich wollte natürlich jede vollenkraftanfrage annehmen und ja so jetzt fragen die koppelt gelb möglichkeiten vor die leute die noch nicht im gta haben es kommt die geldmöglichkeit die beste geldmöglichkeit diese woche vor die leute die kommt nicht gemacht haben ja wach bauch gegen dafür die woche um gut geld zu machen um zwei millionen zu vergeben wach bauch gegen dafür alles da schockiert ich euch echt gar ja wocha geben denkt natürlich man braucht natürlich brauchen dafür wieder wach liebe leute wenn wocha geben soll ja geld vergeben geht ja nicht kommen so die halb die wollen ja geld vergeben und so braucht ihr ein büro da müsst ihr euch auch mal ein büro kaufen egal welches büro das ist egal kauft euch auch mal ein büro das braucht ihr auf alle fälle wie ein büro oder ein büro das ist eigentlich egal ob ihr euch ein büro kauft oder ob ihr euch ein büro kauft das ist eigentlich pumpt egal ich wollte euch empfehlen kauft euch ein büro bei der büro so überlegt ihr euch ob ihr euch ein büro kauft oder ob ihr euch ein büro kauft ist egal und ja dann müsst ihr euch noch einen bunker kaufen dann kauft wir euch noch einen bunker so so dann geht ihr hier auch ich bin nicht um mich ja falsch leute ich bin um mich ja falsch so hier dann kauft wir euch hier noch einen bunker ist auch egal welchen bunker euch kauft könnt ihr euch gegen bunker kaufen wichtig zu erwähnen ist ihr müsst die verbesserung im bunker kaufen ihr müsst alle verbesserung hier kaufen und im bunker angehe ich auch noch mal müsst ihr auch noch mal alle verbesserungen kaufen das kann ich euch gleich auch noch mal so hier müsst ihr alle verbesserungen kaufen nach vornakulich keuer muss ich sagen aber es lohnt sich die woche von die leute im bunker haben ihr braucht euch kein bunker noch kaufen jetzt habt ihr ja gern kohlen aber von daher so dann müsst ihr euch noch die verbesserungen kaufen hier war glück ich zeig euch das hier bei gigawoche gibt es gopik geld und gopik ap auf bunker verkäufe so gehen wir mal hier rauf an meinen kauer so gehen kann ich nämlich hier noch verbesserungen wo hier ist hier alle verbesserungen kaufen ist sehr wichtig leute ihr müsst euch alle verbesserungen kaufen das ist kein ja muss ich sagen aber lohnt sich so und diese woche gibt gopik geld und gopik ap auf bunker verkäufe bunker verkaufe heißt ihr müsst vorrechte holen erklär ihr holt die vorrechte oder ihr kauft euch die vorrechte das ist egal das müsst ihr wissen ich wollte euch empfehlen kauft euch die vorrechte so wie ich jetzt ich kauf die weil ich bin kv um die vorrechte zu holen geld kommt in den augen viel rauch egal ob ihr euch jetzt die vorrechte holt ob ihr die gauern guckt oder ob ihr gekauft ich wollte euch empfehlen zu kaufen weil dann müsst ihr nicht unmöglich die noch holen aber falls ihr nicht viel geld habt holt euch die also braucht euch die vorrechte so gopik geld und gopik ap gibt auf bunker verkäufe die woche kam zwei millionen beim bunker verkauf bekommen ja mein bunker ist noch nicht voll wie er geht da packt noch jede menge rein weil normalerweise wenn kein gopik geld gibt gibt es nur eine millionen 50.000 wenn kein gopik geld ist die woche ist gopik geld auf bunker verkäufe also macht euren bunker voll wenn euer bunker voll ist kriegt ihr ein kriegt ihr zwei millionen gk a goller zwei millionen gk a goller und vor zwei millionen könnt ihr euch ein gutes augen kaufen aber von daher leute macht euren bunker die woche voll empfehle ich euch ich mache meinen bunker die woche auch wieder gar nicht ich mache meinen bunker nicht jede woche ist es ja ich mache meinen bunker jede woche egal ob gopik geld gibt oder nicht das ist mir ja bunker bringt immer gut geld wenn kein gopik geld ist kriegt ihr nur eine millionen 50.000 aber die woche gibt gopik geld da bekommt ihr 5 millionen gk a goller da bekommt ihr 2 millionen gk a goller wenn euer bunker voll ist meiner ist noch nicht voll wie er geht also macht das loka das ist die beste geld möglichkeit die woche meiner meinung nach ich finde das war gut von euch was ihr gemacht habt damit kann ich mir richtig viel geld machen und das lohnt dich richtig loka das lohnt dich richtig also macht das macht euren bunker voll wenn ihr voll ist 2 millionen gk a goller leute besser gehts gar nicht von 2 millionen kann ich von guckers auch ein gk a leisten von daher macht euren bunker voll natürlich kommt bunker verkauf wenn die 2 millionen voll sind müsst ihr natürlich folgen haben die euch helfen falls ihr keine folgen haben golke könnt ihr mir natürlich fa schicken falls ihr keine folgen haben golke ich biele auf pf4 gar ich komme mal vorab wo die leute die auf pf4 biegen ihr könnt mir fa schicken ich kann euch helfen beim bunker verkauf weil das schon wirklich die woche 2 millionen leute lacht euch das nicht im gehen macht euren bunker voll 2 millionen gk a goller und ja goppelt geld und goppelt rp auf bunker verkäufe und auf die moguche die ich euch geschickt habe da gibt es die woche goppelt geld das geht noch bis nächste woche gonnachgach bis komm 12 also bis komm 12. gücken geht es noch bis komm 12. gücken feikhaugen und fankig so nicht wohl gemeint gichern hat euch dieses video geholfen war es hilfreich ich denke mal ja wenn ja lacht ein fetten kaum da oben da und schreibt mal einen komiker ob ich das öfter machen soll ob ich jede woche ein video hochladen soll wo es goppelt geld und goppelt rp gibt kann ich machen kein problem und ja schreibt einen komiker ob ihr euch wollt den mache ich doch jede woche im video wo goppelt geld und goppelt rp gibt das heißt jetzt goppelt geld und goppelt rp geben gold gab es jetzt gab jede woche goppelt geld und goppelt rp aber jede woche ist es einfach nur geil weil bunker verkauft leute 2 millionen alka da kann ich schon ein super geiles alkoholife ich zeig euch mal alka für 2 millionen was ihr gar kaum bekommt ich zeig euch jetzt hier mal so 2 millionen gk a goller da kann ich schon gucken wo ist das hier da können wir uns jetzt die kongukka leichten so vor 2 millionen leute er gibt die kongukka waren die ich auch gar nicht muss ich muss ich sagen geiles auto geiles auto hier kochtet und wir gehen gut geiles auto hier kochtet und genau vor 2 millionen die griffen ob ihr euch getragen also das lohnt dich die woche vor 2 millionen garantiert gar nicht 100 car und du auft als leute besser geht es nicht was ihr vor 2 millionen bekommt alter leute damit geht die woche aber wirklich euren bunter voll machen warum geht nicht mehr bis der bunter voll ist durch alles rauch fällt auch im bunker dann macht euren bunter doch mal voll zwei millionen leute lacht euch hier nicht entgegen alka ich mache ein bunker weiter folgen ich vorgabe in den nächsten video weg auch immer ich mache und macht euren bunter voll zwei millionen leute lacht nicht entgegen koppel geld und koppel epi auf bunkerverkauf und auf die morgen gehe ich euch genannt habe